Können Sie euch Bammelbees Freundinnen vorstellen? Nein, das ist nicht unser Hundi. Die kleine Dame Luna, die wohnt aber hier im Dreh. Die ist nun mal übergangsweise für ein paar Stunden hier. Zack. Bammelbees, wo ist denn deine Freundin? Das ist ja geil. Das ist so ein kleiner Genießer. So eine kleine Genießerin. Mann, ey, eben haben sie gekuschelt. Der Tobi die Kamera. Süßes Pärchen, ne? Ja, die wollen wir auch noch nehmen. Und Kali ist denn der Schlichter? Die Mistmahler ist schon wieder in der Küche, weil er denkt, da fällt irgendwie was runter. Ja, und Luna zeigt auch Bammelbees, wo es lang geht. Die kleine Mistmahler lässt sich nicht gefallen. Da ist Bammelbees, der flüchtet. Wie komme ich jetzt hier runter? Wie komme ich jetzt hier runter? Scheiße. Scheiße. Ach so? So kommt man also runter. Die kennt ja nicht, wa? Ja. Das ist Kamikaze Luna. Kalt. Da ist der Schlichter. Luna. So ist fein. Nicht übertreiben. Puppe, nein. So ist es, da 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 ist, da ist es, da ist es, da ist Vielen Dank.